Hallo und herzlich willkommen zu einem Minecraft-Let's Play nach langer Zeit mal wieder. Und ich glaube, man erkennt es, es gibt einige Veränderungen. Und zwar habe ich hier jetzt ein besseres Equipment, es fehlt noch ein Popschutz. Aber ich glaube, wenn ich da eine Popschutz habe, klingt es richtig gut. Popschutz macht nicht sorgfiel. Doch, Popschutz macht schon viel, dann hast du das Klicken in der Maus nicht mehr ständig. Weil es haben einige geschrieben, dass dir das Klicken stört. Ja, und es gibt noch eine Veränderung im Let's Play. Es spawnen jetzt mal derzeit keine Mobs. Ich werde noch schauen, wie ich das regle. Aber ich muss da bei der Welt das Mobspawning ausschalten. Jetzt habe ich uns eine Karotte und eine Kartoffel cheated. Ich weiß, es ist scheiße, aber wir haben ja sowieso jetzt nicht wirklich auf Überleben gespielt, sondern eher auf Spaß und Bauen. Also schätze ich, ist das jetzt nicht so schlimm. Ist halt ein bisschen blöd, weil eigentlich bin ich gegen Cheaten, aber gut. Kann man jetzt nichts machen. Ich denke, ihr werdet jetzt überleben. Nee. Und ja, der Notizl ist auf Skype dabei, war aber zu faulsicher macht, hier unterzuladen. Das heißt, die Folge, er wird irgendwann hier mitbauen, aber jetzt noch nicht. Ich denke dann wahrscheinlich, wenn ich die Burg fertig habe und mit dem Dorf anfange, dann werde ich einige Leute einladen. Da haben sich schon einige gemeldet. Stimmt genau. Perfekt. So, was bauen wir jetzt bei der Burg, Leute? Ich würde sagen, wir bauen hier dieses Fenster um zu einem Weg und dann machen wir hier das nächste Küche oder so. Ja, ich würde sagen, hier kommt die Küche hin. So, schauen wir mal. Ja, das Minecraft-Letts-Play wird nach wie vor leise. Ich überlege schon, ob ich es vielleicht... Es werden einige Veränderungen auf meinem Kanal jetzt stattfinden. Eine habt ihr wahrscheinlich schon bemerkt, und zwar die Namensänderung. Ganz einfach, weil SuperTube war ja eigentlich wegen dem Server. Ich hatte ja mal einen Server, der Supercraft geheißen hat. Und dazu war halt SuperTube sozusagen der Name. Also als SuperTube der YouTube-Kanal meine ich. Und daher kommt halt der Name. Und ja, damals waren wir alle noch Kinder. Stimmt's, Mackey? Wir waren noch so jung. Und ja, mittlerweile finde ich den Namen nicht mehr cool. Es tut eigentlich schon länger, aber ich wollte mich lange nicht umnennen, weil man mich halt unter dem Namen gekannt hat. Das Intro oft verwendet wird. Deswegen. Aber jetzt heiße ich Jarrox oder Jarrox, wie man es halt auch sprechen möchte. Und es ist jetzt schon... Ich werde jetzt einen Banner und einen Avatar bestellen. Leider sind alle Designer, die ich angeschrieben habe, haben noch nicht zurückgeschrieben. Und ich habe schon ein Intro bestellt, das bereits gemacht wird. Also ich werde da eine komplette Imageänderung vornehmen. Ja, und es werden weiter so klassische Let's Plays, wie zum Beispiel die Siedleraufstiege in das Königreichs kommen. Allerdings wahrscheinlich nicht am Hauptkanal, sondern auf dem Nebenkanal, Zweitkanal. Und Livestreams auch, sobald ich besser das Internet habe. Aber das ist die Frage, wann. Und noch eine Information. Ich werde jetzt eine Weile weg sein, ein paar Tage, dann bin ich wieder kurz da und dann wieder recht lang weg. Ich habe einige Videos schon vorproduziert, aber ich weiß nicht, ob es die ganze Zeit reicht. Wem dann zu wenige Videos am Kanal kommen, der kann einfach auf dem Kanal vom Reudel gehen. Und da findet ihr ein Terraria Let's Play mit mir, ein Let's Play Together von uns beiden, das auf seinem Kanal kommt. Und wenn euch das auch noch nicht genug ist, habe ich auch noch ein paar Videos mit dem SuperTube. Die ihr vielleicht schon kennt, aber da kommen auch in nächster Zeit noch welche Voice Battle, das neue Format. Und da mache ich gerade das Intro von Voice Battle. Genau, das Bild auch sehr professionell aufgezogen. Zwei Dumme und ein Behinderter geht auch noch weiter. Ich schlafe ihn noch. Ja, ich habe auch noch eine Folge, glaube ich, habe ich sogar noch nicht veröffentlicht. Noppa. Ja, also da kommt einiges auf euch zu. Genau. Ja, hast du irgendwas zu erzählen, dass man dich abonnieren soll oder sowas? Ja, er könnte mich abonnieren, müsste es aber nicht. Schön wäre es natürlich. Würdest du dich freuen? Ich werde mich immer freuen. Ich freue mich immer. Ich verlinke ihn einfach mal nicht in der Beschreibung. Okay. Nein, nicht verschnitte ich natürlich. Ich bin ja ein netter Dude oder Leute. Man hört einfach beim Klicken. Und mein Klicken geht es extrem. Also ein Popschutz ist auf jeden Fall nötig. Das sieht, denke ich, hier jeder ein, oder Maki? Ja, wo kann man sich den kaufen? Amazon 1 90. Nein, ich will mir aber kein Bestell. Weil es dauert dann auch so lange. Ja, bis er kommt, dauert schon lange. Ja, aber du bist ja dann eben nicht da. Vielleicht kommt der Vlogs. Bisschen wir noch nicht, aber vielleicht. Irgendwas werde ich da schon aufnehmen. Wir sahen ja zusammen. Auf Urlaub, ja. Irgendwas wird da schon kommen. Ja, würde ich auch sagen. Vielleicht nicht viel. Vielleicht kein ganzes Video, aber zumindest. Naja, wahrscheinlich ein Video ist er. Ich habe halt keine professionelle Kamera und ich habe mir jetzt gerade das Mikrofon gekauft. Ich weiß nicht, ob ich mir gleich wieder eine Kamera kaufen sollte, aber irgendwas zusammengekattet, das erwartet euch da schon. Wie wieder? Irgendwas zusammengekattet, das erwartet euch da schon. Ein hingeschissenes Video. Genau. Nicht umschrieben, aber das ist die Kennersage. Weil es aufnehmen, Urlaub hier irgendwas aufnehmen. Naja, wenn ich eine Kamera habe, dann würde ich schon aufnehmen. Aber habe ich das nicht. Na, es ist sehr blöd. Ja, auch traurig. Das war schon immer. Ja, stimmt. Ja, das tut mir leid, aber es geht halt nicht anders. Na, mir tut es auch. Ah, ziemlich leid. Ja, ist einfach so. Ja, da muss man durch. Da muss man durch. Da muss man zusammen stark sein. Jojo. So. 20 Go. Ace, unterschiedlich, Ace Shake. Meine lieben Freunde. Genau. Es ist mir ein bisschen zu wenig. Echt ist es zu wenig? Ja. Willst du mehr? Ich will immer mehr. Okay, wie viel mehr? Da ist die Frage, ob man es braucht. Stimmt ja, die Frage stellt sich dann immer, ja. Er sieht mich auch nicht mehr schön dann. Nein, nein, nein. Hässlich wird's. So schaut's aus. Loli, Akko, Poli. Perfekt. Können wir gleich noch wieder ein bisschen Sand brennen. Na gut, da müssen wir noch irgendwas machen. Aber da kommt ja sowieso noch im Keller hin. Dann schauen wir mal. Für außen werden eigentlich Eichentüren. Fast besser, oder? Na wobei, schwarz-eichentüren. Passt auch richtig gut, ja. Schloss. Kann ich ja dann außen und innen verwenden. Perfekt. Ja, und da braucht man es keiner. Es ist dann einfach noch so ein Gästezimmer. Oder was man halt daraus macht. Ich möchte euch in ein Gästezimmer. Passt ganz gut. Jo. So ein Lagerraum hier. Rüstung. Genau. Waffenkammer. Ja, Waffenkammer passt ganz gut. Ja, warum nicht? Das wir oben noch einen Durchgang machen dann. Der über die Küche geht. Über der Küche ist so ein Essenslagerraum. Und der geht dann in die Rüstungskammer. Und auf der Seite ist dann noch irgendein Haus oder so. Oder hier. Warum nicht? Wäre eigentlich ganz clever. Ja. Jo. Komo Sommung. Hm. Ich finde es sehr nett. Ich finde es auch richtig. Hübsch. Hübsch. Ja, ich finde es auch. Es ist nicht fantastisch. Ja, dann schon mal. Auch hier. X-Wohrauf. geht es so schön über die Anrichter die Steppen die XS wird wundervoll ihr Wixas das einzige Projekt wo ich bis jetzt glaube ich noch keine Kraft ausdrückte verwendet hat die Welt das ist auch das einzige jetzt habe ich nicht mehr beherrscht ja ich bin halt eine army von verstehst du und ein fein so ja ja high five army sind wir wir leben wir sind ein feils größte fans ich will ein Kind von ich auch meinet ist nicht es ist die Frage wir finden es am geilsten die dicke der Schokobär die macht ja nicht mehr mit oder warum nicht ja mal am Anfang in den ersten Videos waren ja welche die jetzt nicht mehr dabei sind war ich schon aber nee welche sollen mir da gefallen sind alles dumme trompel Kinder ich kenne nur zwei Namen welche Mia und Luke es ist schön danke finde ich auch aber jetzt mal ernsthaft we talk ja jetzt ist die Folge auch wieder vorbei oder wir können ja gleich die nächste auch noch aufnehmen würde ich schon sagen ja also dann ciao Leute tsch 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 tsch